So, dann habe ich alles jetzt vorbereitet und ich würde sagen, wir können sofort starten. Bist du bereit? Okay, sehr schön. Hi, erstmal nochmal von mir. Ich bin wirklich unglaublich glücklich, dass du heute hier bei uns sein kannst und wir ein kleines Style & Talk zusammen machen können. Das heißt, ich werde dir ein paar Fragen stellen und gleichzeitig dein Make-up machen für die nächste Show, die gleich schon stattfindet in ein paar Stunden. Und ja, vorab erstmal, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Ähm, ja. Erzähl einfach. Ja. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Die letzten Tage waren bestimmt für dich, ja, sehr, sehr aufregend. Wenn ich mich nicht täusche, bist du erst vor zwei Wochen in die Band gekommen. Okay, und wie kam es dazu? Ich bin mir sicher, du hast diese Frage schon sehr oft gestellt bekommen, aber ich stelle sie dir jetzt einfach nochmal. Okay, also Viktoria hat dich gefragt, ob du mitmachen kannst oder willst. Und ihr seid früher zusammen in eine Schule gegangen. Ja. Okay, sehr cool. Also dann kennt ihr euch auch schon. Das ist wichtig, dass man eine Person aufnimmt, die man natürlich auch schon ein bisschen länger kennt und der man vertrauen kann. So, ich werde jetzt als erstes deine Augen primen mit einem sehr lang anhaltenden Primer. Okay, Augen zu. Oh, danke schön. Ja, ich habe heute versucht, meine Style euren ein bisschen anzupassen. Ich weiß nicht, ob mir das ja so gut gelungen ist, aber ich habe es versucht. Vielleicht bin ich ja bald schon das nächste Band-Mitglied. So, nein, Spaß beiseite. Also, die letzten Tage waren für dich sehr aufregend, sagtest du. Ich muss auch sagen, dass seitdem ihr den Eurovision Song Contest gewonnen habt, euer Erfolg und eure Reichweite wirklich unnormal gestiegen ist. Die Leute lieben euch. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es selbstverständlich auch mehr Hater jetzt gibt, aber ja, das gehört dazu. Wer nicht spielt, der nicht gewinnt. So, also, du hast bei dem Eurovision Song Contest noch nicht mitgespielt, ja. Und jetzt spielst du welches Instrument das Saxo-Wohn, wie cool. So. Das ist eigentlich kein typisches Instrument für eine Rockband. Nicht, dass ich davon viel Ahnung hätte. Okay. Ja. Ihr wollt mal versuchen, in eine andere Richtung zu gehen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ich habe jetzt deine Augen einmal schön geprimed und auch schnell eine helle Base aufgetragen. Und als nächstes werde ich einen rötlicheren Ton benutzen. Für die Lidweide. Für die Lidweide. Das ist dieser Ton hier. Den werde ich gleich benutzen. Und dann machen wir noch ein richtig schönes Smulky Eyes. Apropos Make-Up. Also, ich muss wirklich sagen, dass eure Make-Up-Looks der Wahnsinn sind. Hört ihr wahrscheinlich auch oft, ja. Ich finde es auch total cool, dass, ähm, wirklich alle von euch, ja, immer so cool geschmeckt sind. Und jetzt nicht nur Victoria zum Beispiel, die Frau, sondern dass ihr wirklich alle, ähm, ein Statement setzt. Und ein Zeichen dafür, dass man, ja, sie schminken kann. Und dann egal, wie man aussieht, ob man Mann ist, ob man eine Frau ist, ob man divers ist, was auch immer. Schminke ist nicht nur für die Frau da, sondern für alle. Genau. Das finde ich super. Was mir auch total positiv aufgefallen ist an euch, ist, dass, ähm, ja, ihr mit eurer Art und Weise, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, ähm, Türen öffnet, die leider immer noch im 21. Jahrhundert geschlossen sind. Damit meine ich alles, was die LGBTQ-Plus-Community angeht. Also, ich finde, ihr setzt, ähm, ja, so ein kleines Statement dafür, dass es okay ist, so zu sein, wie man ist und dass es auch normalisiert werden sollte. Genau. Und das machen nicht sehr viele, ähm, ja, Artists so heutzutage. Ich weiß nicht warum. Immer mehr, aber noch nicht genug. So. Jetzt machen wir weiter mit einer dunkleren Farbe. Und dafür verwende ich jetzt diesen Ton hier. Ähm, das ist so ein dunkler, ja, grün-grauer Ton. Der nennt sich, na, die haben keine Namen. Schade, 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 schade. So. Und das kommt jetzt auf das komplette Augenglied, ja. Jetzt sieh mal, wie war das für dich eigentlich die letzten Tage? Ihr seid ja jetzt wirklich, ähm, ja, so ein paar Tage auf Tour gewesen durch ganz Europa. Ähm, ich hab das alles mitverfolgt auf Instagram. Ähm, wie war das für dich so das erste Mal dabei zu sein mit der Band? Okay. Ja, da konntest du es das erste Mal realisieren, ähm, ja, wie viele Fans ihr eigentlich habt in Europa. Klärt euch Europa. Hm. Okay. Und in Berlin sagst du, als ihr aus dem Sony Center rausgekommen seid, war da ein riesengroßer Ansturm an Fans. War für dich wahrscheinlich sehr, sehr, ja, aufregend. Was macht das denn so mit dir, wenn du siehst, dass so viele Menschen einen anjubeln und anschreien und bewundern? Was macht das so mit dir? Ja. Das glaub ich dir. Also, es ist auf der einen Seite ziemlich, ziemlich cool, sagst du. Aber auf der anderen Seite fühlt sich das halt immer noch sehr, ähm, unrealistisch an. Ich glaub, daran wirst du dich wohl gewöhnen müssen. Ich hab auch gehört, ähm, ihr schreibt mit Miley's Sachen. Iris, wie cool ist das denn bitte? Mega. Richtig, richtig cool. Nur so Chat-Chatting oder auch längere Gespräche. Nur Chat-Chatting. Okay. So, jetzt werde ich bei dir, ähm, ja, diese Farbe auftragen. Das ist eine Duochromfarbe. Die schimmert so ein bisschen lila-bläulich. Also eigentlich genau das, was ich auch drauf habe. Versteht ihr euch denn alle gut? Oder passiert es, dass ihr manchmal super, hm, unstimmig gehalten habt? Okay, ihr versteht euch alle super. Ja, ich, ähm, ich sag das nur, weil es ist halt so, dass wenn man nicht alleine als Artist arbeitet, sondern in einer Band, dass es dann natürlich, ähm, ja, mehrere Köpfe gibt, mit mehreren Meinungen, die auch alle was zu sagen haben. Und kann es schon mal passieren, dass man, ähm, anderer Meinung ist als seine Band-Kollegen. Aber bei euch gibt es sowas nicht. Und wenn, dann ist es ganz schnell gelöst. Super. Würdest du sagen, du bist gut aufgenommen worden von der Band, weil du ja natürlich, ähm, neu dazugekommen bist. Und, ja, ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch erst mal komisch war. Aber hat dich denn die Band gut aufgenommen? Hat sie? Okay. Sehr schön. Es kam sogar eine Willkommensparty. Wie cool ist das denn? Und, ähm, ihr arbeitet auch schon an neuen Songs, oder? Und wie sieht es so bei dir aus? Schreibst du gerne die Lyrics, oder? Ja, ähm, ja, bleibst du ehrlich beim Hintergrund und komponierst die neue Melodie mit dem Saxophon? Das würde mich gerne interessieren. Okay. Du schreibst auch, also, ja, du schreibst gerne mit. Aber, hauptsächlich, hauptsächlich, ähm, schreibt Damiano die Texte und die Viktoria. Ja. Schreibst du denn nicht so gerne, oder? Woran liegt das? Ach, du kannst doch nicht so gut Englisch, ja? Ja, das wirst du schon lernen, bin ich mir ganz sicher. Nach den ganzen Interviews, die du noch führen wirst auf Englisch, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du in der englischen Sprache bald sehr mächtig sein wirst. So, was ich jetzt hier mache, ist, ich verblende das Ganze. Schön. Super. Ja, also, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch richtig obsesst mit eurer Band. Das sind, glaube ich, sehr viele momentan in Europa, ich denke, auch in Amerika oder auf anderen Kontinenten habt ihr viele Fans, oder? Unglaublich, dieser Erfolg einfach. Ich bin so, so stolz auf euch und ich freue mich von ganzem Herzen, dass ihr es geschafft habt, ähm, ja, so eine Reichweite zu bekommen, weil ihr meiner Meinung nach für etwas Gutes steht und, ähm, ja, wie schon gesagt, Türen öffnet und andere Menschen dazu inspiriert. Ähm, ja, ja, den zu lieben, wen sie möchten und einfach ein bisschen diese, ähm, ja, dieses Mindset zu brechen. Wie soll ich das sagen? Ähm, ja, einfach das Mindset von sehr vielen Menschen zu verändern, weil die leider immer noch an falschen Werten festhängen von der Vergangenheit oder aus der Vergangenheit, ähm, ja, ja, konservativ sind. Ihr geht da einfach volle, volle Kraft voraus und zeigt, dass diese, äh, Werte nicht der Zeit entsprechen. Finde ich sehr cool. So, ich habe jetzt hier einen schwarzen Kajal. Weil ich weiß, dass ihr alle sehr gerne, ähm, ja, die Wasserlinie mit schwarzem Kajal bemalt. Und der hier hält 18 Stunden, also brauchst du dir keine Sorgen, dass gleich bei dem Auftritt irgendwas verschwinden wird, sondern das wird dann schön da bleiben, wo es hingehört. Und, so. Es piept in hier, wessen Uhr ist das? Kamian, was ist dein Uhr? Ah, nee? Okay. Ähm, weiß ich gerade auch nicht. Ich würde eigentlich fast schon sagen, dass wir fertig sind. Ähm, du darfst dich aber noch nicht anschauen. So, ich bin gespannt, was du vielleicht dazu sagst. So. Okay, du darfst dich gleich erst anschauen. Ich wünsche dir aber jetzt schon gleich ganz, ganz viel Spaß auf der Bühne. Rockt das Ding und, ja, macht einfach so weiter wie bis jetzt. Ich wünsche dir wirklich noch das Allerbeste und ganz viel, ja, Erfolg auf deinem neuen Weg. Und ich bin mir ganz sicher, dass du in ein paar Wochen schon da so routiniert sein wirst. Und, ja, du dich deiner neuen Aufgabe als Saxophonist dann auch, ja, gewachsen fühlst. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt am Anfang noch für dich, wie du schon sagtest, ein bisschen komisch ist. Aber mit der Zeit wirst du dich an dem Erfolg gewöhnen. Und, ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, danke, dass du hier warst. Und hoffentlich bis bald. Ciao.